Don't walk, ich walk Leute. So, jetzt sind wir da. So, können wir uns mal hier ein bisschen... Hey, brauchst du nicht mehr, gell? Hm, ganz ruhig. Dankeschön. Ich probiere es nochmal mit diesen Hecken. Und ich lasse mich schon wieder zu sehr abdecken. So, was brauche ich da? Das wäre doch dann... Der hier? So, und jetzt... 55 B, D, 5... Das wäre der hier? Warum denn? Das ist doch hier in der Reihe drin. Ich weiß es nicht. Ey, du kannst mich mal am Arsch lecken. Hallo? 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 Aber ich habe Daten extrahiert und habe was bekommen dafür. Und einen Haufen Kohlen. Hier in dem Schuppen ist auch noch was drin. Ah, da komme ich nicht rein. Ah, das ist oben. Da oben. Wie komme ich da hin? Über den Automaten? Nein, will er nicht. Ist das ein Treppenhaus? Nein, sieht auch nicht so aus. Wir müssten doch da irgendwie hochkommen. Mal eine Kerze. Wird es gleich noch viel romantischer. Das Zeug lasst jetzt mal da liegen. Ach, hier. Hörte mal. So. Na ganz ehrlich, das ist ein Scheißspiel. Hä, wie könnten die denn auf einmal auf? Schlepp, 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 schlepp. Nein. Ich weiß nicht, wo ich gespeichert habe. Fuck. Scheiße. Ah, hier. Okay, cool. Hab keine Zeit für den Scheiß. Bleib entspannt, Mann. Und ich darf hier nochmal ran? Das war es nochmal ganz ruhig mit diesem Verlinken. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier im Zitat. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Da geht's nicht weiter, schade. Hä, wie stehst denn du da? Da lag noch so ein Protokoll, das will ich noch schnell haben. Redest du mit mir, du Penner? Wie geht's dir? Gut, danke. Der eine freundliche wenigstens mal hier in der Gegend. Alles so... Alles so... Bastarde. So... Hm. Ich denke hier auf der Piratック. Ich öffne es, ich bin in der Welt. Was ist das? Oh, konzentriert man wieder, deswegen rede ich nicht. Das ist aber auch okay. Ganz ruhig. So, wie tanzt du jetzt? So. Hat er geschafft, sehr gut. Das war erst beim zweiten Mal, aber... Ey, ne Schaltplatte. So. So, dann wollte ich eigentlich... Entferde dich von den Automaten. Hier ist ein Chip, den können wir noch mitnehmen. Zwei Nachrichten. Ich brauche deine Hilfe. So. Genau so macht man das. Einträger weniger in der Stadt. Ich mag, wie du Probleme löst. Auftrag erledigt. So. Mehr schlechter als recht. Find ich voll nett von dir, dass ich alles mitnehmen darf. Das sind echt nette Leute hier. Das ist voll cool. Und tschüss. Das soll auch irgendwas sein und man sieht es nicht. Also das mit den... Diesen kleinen Bugs, die... Ja. Die werden ja nicht immer so schlimm, aber die Menge macht es mal wieder aus, ne? So, diese Verlinkerei hier. BD. Das wäre ja nur der hier. Dann gehe ich auf den hier. So. Dann haben wir den Salat auf 55. Und dann auf BD. So. 381 Dollar und hier noch ein bisschen ungewöhnliche Quick Hack Komponenten und so ein Schmarrn. Na gut. Gehen wir mal davor. So. Jetzt kommt wieder die Hauptstory. Auch nicht schlecht. Aber ich bleib bei den kleinen Aufträgen erstmal, weil ich möchte die gerne machen. Ja. Neben Missionen haben wir auch noch einen Haufen. Da müsste man uns dann auch mal entlanghangeln. Oh, Aufträge. Oh, Bedrohung hoch. Dieses Berufsrisiko. So. Es wird nur gesucht. Aha. Kannst du es retten. Genau. Das machen wir jetzt. Das verfolgen wir jetzt einfach mal. Aber ich möchte nochmal gerne speichern. Da den überspeichern wir jetzt einfach. So. Wie gespeichert. Wunderbar. So. Aber ich möchte auch nochmal schnell in mein Inventar gehen. Äh. Charakter. Da haben wir noch einen verfügbaren Punkt. Das ist ein neuer. Das ist bestimmt hier von Johnny Silver oder sowas. Die coolen sind Stealth-Tätigkeiten. Ermöglicht das Werfen von Messern. Halte Rechtsklick. Um zu zielen. Und drücke dann, äh, bababam, um zu werfen. Was haben wir hier? Ja. Ermöglicht dir nicht tödliche Takedowns aus der Luft heraus und gegen Ziele. Hm. Die dich nicht bemerkt haben. Da haben wir schon das Problem. Die bemerken hier mal. Um. Ja. Um. Hm. Bei Intelligenz müssten wir auch mal weitermachen. Das nehme ich jetzt einfach mal so. Level 9 sind wir. Hier sind wir schon bei. Quick Hacks hat man auch noch was gehabt. Okay. Da muss ich mich jetzt dran gewöhnen. An diesen Schmarrn da. So. Oh hier klingen. 500 Meter. Ach ja was ich auch noch machen wollte ist. Hier haben wir noch ein paar Nachrichten. Okay. Das Taxi hat quasi die Überreste vorbeigebracht. Haben wir das nicht schon erledigt? Autos zu verkaufen. Das haben wir auch schon gesehen. Das haben wir auch schon. So. Interessiert mich nicht dein Hotelzimmer. Mama Wales. Mama Wales. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hingehen. Dass wir die mal zurückrufen. Die Frau. Ja. Wegen Jackie allein schon. Genau. Ich wollte die Waffen auch noch wechseln vom Charakter. Ne. Warte mal. Inventar muss ich da einfach nur gehen. Hier. Ablegen. Da wollte ich die stärkere rein haben. Diese hier. Genau. Und diese hier. Was kriege ich für die noch? 86. Alles klar. Zielfernrohr. Das war eigentlich ganz cool. Schlechte Sichtbedingungen ist eigentlich auch ganz cool. Weil. Ja. Hat man ja so ein bisschen nicht. Ich nehme mal das hier. Das ist schon sehr cool. Mündung. Mal auch. So. Pistolen. Technisch. Die ist ja legendär hier. Oder episch besser gesagt. Und die ist. Ikonisch. Okay. Selten und ikonisch. Alles klar. Ne. Ist alles schlechter. Diese welche. Habe ich noch keinen Aufsatz. Ja. Müssen wir mal gucken. Mindest Level 10. Okay. Darf ich noch nicht tragen? Echt jetzt. So. Das Auto können wir immer noch nicht rufen. Boah. Das ist das. Ui. Richtig gutes Visier. Schön groß. Hier war ich da auch schon mal. Ja. Ja. Hier war ich auch schon mal. Hier haben wir doch die. Die Leute. Ähm. Erledigt gehabt. Wo der Typ mit dem Katana auf mich zugerannt ist. Jetzt laufe ich hier ein bisschen umständlich. Sorry. Okay. Hier passieren immer unmögliche Dinge. Hier passieren immer unmögliche Dinge. Das ist ein Waffenhändler? Kinder schubsen? Nein, Quatsch. Kur'er computer. Wil du gehen machen? Okay. Aber wir müssen noch mal zum nächsten Malen. Vielen Dank.